Musik Warum sitzen Sie hier auf diesem Bänkchen? Was ist hier schön am Schwammerdingenplatz, um hier zu sitzen? Weil wir haben Freude. Nein, ich wohne da rein, was soll ich in Sputeraus Bier trinken? Wir sind in Zürich und wir haben Freude zusammenzukommen. Nein, ich sitze hier, weil ich 3.70 Franken für ein Bier und für 80 Gramm einfach raus trinken kann. Und wie habt ihr euch kennengelernt? Da! Nein, ich kenne schon lange. Wie lange bist denn du schon hier? Ja, schon ein paar Jahre. Ab und zu komme ich immer wieder hierher. Ich verschläge immer wieder auf Schwammerdingen. Und was hast du früher mal gemacht? Woher kommst du? Das ist eine schwierige Frage. Von Australien. Australien? Nein. Woher hat er geliebt? Ja. Und dann habe ich das Baugeschäft. Auf hier, da in der Schweiz. Und das hat Gott nicht mehr. Und die gehen auch hüten, da muss man. Die haben ein Boot. Das ist ein Kind. ich hau dich nicht mehr. Ich stehe ein hartnach. Ich gehe nebenbei, ich habe hier gearbeitet und jütte zwei Hunde. Einfach neben der Einfälle, damit ich etwas verdiene. Musik